Musik Im Hauptquartier des Führers sprach der Oberkommandierende des Heeres am 15. März 1946 über die jüngsten Erfolge der deutschen Armee. Voller Zuversicht, dass der Endsieg in nur wenigen Jahren zu erreichen sei, sprach dem großen Fortschritt der deutschen Waffentechnologie unter der Führung von General Wilhelm Strasse einen großen Anteil an... Musik Die Papiere bitte. Hier. Musik Fahrern Sie zum Kontrollpunkt da vorne und zeigen Sie dort Ihre Papiere. Vielen Dank. Wiedersehen. Musik Musik Sie sind okay Blasghowicz? Wir sind ein guter Team. Wir können das tun. Okay, look, Sie sind German. Ich bin ehrlich gesagt, es ist atrochisch. So, keine sprechen. Und behalte deine Füße für so lange wie du kannst. Die Bücher wurden vorbereitet für dich in der Glovebox. Da. Okay. Los geht's. Und remember, stay focused, stay quiet and follow me, right? Commandant Franz aus Frankfurt. Guten Morgen. Guten Morgen. Fuck it. Um Himmels willen stramm stehen, Fritz. Der Jäger kommt gleich. Jawohl. Der macht Hundefutter aus dir, wenn er dich so sieht. Was soll ich denn dann deiner Mutter erzählen? Entschuldigung, Onkel. Nenn mich nicht so. Entschuldigung. Zeigen Sie Ihre Papiere. Hier, bitte sehr. Alles klar. Guten Morgen, Herr Jäger. Was gibt's, Greta? Die Papiere, bitte. Augenblick warten Sie. Aus Frankfurt. Sind Sie Frankfurter? Ja, äh, ein Hotdog. So ein komischer Kauz. Die spinnen die Amins Hotdog. Die werden sich wundern, wenn wir an der Macht sind. Geht. Weiter. Greta! Bei Fuß. Kommandant Franz, bitte! Frischen Sie ein. Hot dog. Ich denke, ich muss etwas sagen. Das war Rudi Jäger, Helge's 2nd in command. Ich höre, dass er seine Tiere mit prisoners aus dem Kastel befindet. Guten Morgen! Guten Morgen! Morgen. Guten Morgen! Helge von Scharps. Was ein Schrauben. Das ist ein Schrauben. Handpicked by Deathshead himself, als eine wichtige Mitglied der S.S. Paranormal Division. Ich habe die Verzweifung von sie zu Tanzanien. Kann ich euch erzählen, Blaskowitz? Ich hatte das Schrauben mit Blackwater Fever. Das war das Schrauben. Wahrscheinlich das Schrauben der Schrauben. Not even a heavy diet of whiskey could improve my condition, if you can imagine. Anyway, this castle, Helga owns it. It's her occult research center. Now we need to take down Death's Head or the war will be lost. And Helga is vital in doing this. There's a top secret document folder in Helga's office. It should give us the location of Death's Head's compound. Once we have that, well then, we can launch an assault on his base of operations. Shoot him dead, turn this failure of a war around, and be back just in time for tea. Rise. Off you go. I'll disable the alarm. You head for Helga's research center. We'll stay in touch via radio. Leaving the channel open. I can't wait. No problem. Okay, inside the elevator. Roger that. Guard spotted. Coming in to the kiln. Shh, 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 shh. There you go now. Sleep tight. Up on the catwalk, P.J. Don't shoot. It's just me. I'll dig a gander up here. Look for a safe. That's where the folder should be. Okay, Helga. Where do you keep your secrets? Now, if I was a safe, where would I hide? Well, I guess I wouldn't hide because I wouldn't be sentient, would I? But I guess I would just be. So, where would I be then? Blascoats go through every nook and cranny. I'm not leaving here without that folder. Blast it. Ah. I found the safe, but the bloody folder is gone. It's just not there. I saw a radio down there. Use it to contact Kessler. Tell him we can't find the folder. Make it snappy, Blaskowitz. I'll stay on the lookout. I'll keep going. See you next time. Bye. 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 Bye.